Hallo liebe Freunde von Kripto TV. Ja, die erste Woche im neuen Monat Oktober ist angebrochen und demonstrativ wie jeden Sonntag um 14 Uhr da am Motorplatz sind wieder die wackeren Mitstreiter, die was für Neutralität, Souveränität, für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit gegen die Korruption und so weiter und so weiter. Teuerung, demonstrieren. Diese Menschen werden immer weniger. Ob es muss daran liegen, dass die Leute demonstrationsmüde geworden sind. Ich glaube, das macht nur auch einen kleinen Teil aus. Ja, vielleicht wären wir mal wieder mehr da. Ich bin auch nicht mehr so oft da. Geht bei mir aber auch aus gesundheitlichen Gründen nicht so gut. Ich bin auch gerade auf Therapie. Ich bin schon seit einigen, schon seit zwei Monaten. Aber egal, wenn es geht, schaue ich auch vorbei. Ja, es ist, schaut, das ist für mich ein bezeichnendes Bild, dass egal, was man machen könnte, egal, welche tollen Ideen einzelne Personen haben, die es nicht sehr viel bringt, wenn das Kollektiv, das von Österreich nicht annimmt, die Chance annimmt, die Freiheit zu fordern, Gerechtigkeit. Naja, zumindest lasst es euch gesagt sein, jeden Sonntag 14 Uhr wird da eine Veranstaltung sein. Und ich vermute mal, wenn es nur noch drei sein werden, dass ich da auf dem Platz einfinden werden, dass gar keiner kommen wird, ist bis jetzt seit den letzten dreieinhalb Jahren nicht passiert. Okay, damit bedanke ich mich bei euer Aufmerksamkeit. Das war jetzt einmal das kürzeste Video über eine Demonstration, was ich gefilmt habe. Eigentlich wollten sie, ich möchte noch erwähnen, einen Demostand aufbauen. Doch leider ging dann so ein Sturm, so ein Wind, dass sie den wieder abgebaut haben. Und sie mit, ja, hat man halt jetzt nur menschenmassig, ja, massig unter Anführungszeichen, sich da unter dem Fuße von Wolfgang Amadeus Mozart eingefunden. Zwei Polizisten sind abgesteht worden, die sind da. Mehr braucht es auch nicht, wir sind ein kleiner Haufen. Okay, und somit danke fürs Vorbeischauen, gell, auf KryptoTV. Und gehabt euch wohl. Baba! Ja, wann geht's ihr auch los? Ja, wann geht's ihr auch los?